neulich im wald wurde ich zeuge wie drei männer eine frau vergewaltigen wollten die frau hat sich wie wild gewehrt und ehrenmann wie ich bin habe ich natürlich geholfen gegen uns vier hat es natürlich keine chance mehr ja wenn ihr spaß habt an den witzen würde ich mich freuen wenn ihr den kanal abonniert ich lade wöchentlich neue ausgewählte witze für euch hoch viel spaß